Nochmal. Hi, ich bin Sandra und bin Werkstudentin bei der HSP. Ich unterstütze die Testabteilung und befasse mich dort mit Testautomatisierung, damit wir dann schlussendlich unsere Software Optitex in hoher Qualität anbieten können. Mir wurden die HSP Insight Videos auf YouTube vorgeschlagen und jetzt sitze ich selber hier. Meine ersten zwei Wochen waren hier sehr spannend und aufregend, aber besonders gut finde ich hier, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und die Kollegen sehr hilfsbereit sind. Bei der HSP kann man viel lernen und gerade als Student braucht man die Praxiserfahrung und das ist eine sehr gute Umgebung.